Einiger Zeit haben sich die Jungs dann in Vampire verwandelt und sind von den Helden dann abgemurkst worden. Hier ist Tito and Tarantula. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Let my heart be an orchard by a child Let my chest be a rigid stone Let my cock feet it crow Let my stomach kiss my kiss Oh yes it's here Psycho right Oh yes it's the sweet Psycho right Well who am I to complain I'll be not one of the same Let me celebrate My life In the way that I want to In the feast of all the pieces Never meant to be you I'll be in the way that you can I'll be in the way that I'm not one of the things I'm going to die Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dann haben wir bei einem zweiten Film mitgemacht, in dem ich den Mann von Hannelore Elsner spiele. Im Film, der übrigens Cry of the Butterfly heißen soll, haben wir einen gemeinsamen Sohn, der einen Selbstmordversuch unternimmt. Auch die Band ist mit dabei. Dann haben wir unsere Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz begonnen. Wenn wir fertig sind, kommen wir zurück und drehen auf den Schluss von Kai Rabe und die Vatikan-Killer. Wir werden übrigens auch den kompletten Soundtrack für den Film komponieren. In ein paar Wochen sind wir wieder hier und spielen noch ein paar Konzerte in Deutschland, bevor wir dann nach Hause fliegen. Wir machen dort unser zweites Album fertig, das im nächsten Jahr rauskommen soll. Warum ist eure Musik für Filme so geeignet? Ich weiß nicht so genau. Ich war in den 70ern in einer Punkband und arbeitete damals, also vor vielen Jahren, an einem Film mit Alex Cox, der Repo Man hieß. So kam der Kontakt mit dem Filmgeschäft zustande und seither habe ich dort mitgemischt. Sind Ihnen Filme wichtig? Ja, während meiner gesamten College-Zeit habe ich Schauspielunterricht genommen und wirkte dann bei über 25 Filmen als Schauspieler mit. Außerdem habe ich auch bei Theaterstücken mitgemacht. Aber die Musik ist immer ein Teil meines Lebens geblieben und inzwischen ergänzen sich beide Aktivitäten gegenseitig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 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 Du, 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 ja, komm, ich werde dir helfen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020